Hey meine Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Live-Let's Play, denn während ihr dieses Video jetzt auf YouTube seht, bin ich gerade live und werde dieses Spiel Game of Thrones, a Telltale Game, mit den Zuschauern im Chat zusammenzocken. Und ich würde sagen, wir phasen ja gar nicht mal lange. Kurze paar Infos, das Spiel wird spoilern, wenn ihr Game of Thrones noch gar nicht gesehen habt. Es geht los Mitte der dritten Staffel, nur dass ihr ungefähr wisst, wie weit ihr geschaut haben solltet und ja, wir drücken einfach mal auf Play und fangen direkt mit. Also wir können mal gucken hier, es gibt sechs Episoden. Wir werden sie alle hoffentlich irgendwie nacheinander spielen können und eine Sache noch, das Spiel wird auf Englisch sein. Das gibt es nicht auf Deutsch. Setzt die motivierte Stimme ein. Na klar, das Spiel gibt es nicht auf Deutsch, das heißt, es wird auf Englisch sein, aber so die Auswahlmöglichkeiten sind auf Deutsch und nicht lange schnacken. Wir fangen einfach mal an. Also diese Game-Serie richtet sich danach, wie ich spiele und ist abhängig von der Entscheidung, die ich treffe. Okay, wir sind also einer von House Forrester wahrscheinlich. Of the wolf's wood in the house and the iron trees. Es ruckelt ein wenig, das werde ich gleich beheben. The great Jamie Lonnister, Kingslayer, Oath Breaker, brought to his knees by the men of the north. And set free by the women. Okay, wartet kurz, Leute, das Game ruckelt mir zu viel. So, da sind wir wieder. Ich denke, er hat es sich selbst gemacht, wie er sagt. Oath Forrester's sword wird nicht selbst verletzt, wissen Sie. Make sicher, dass es spotless ist, diese Zeit. Oath Forrester wird nicht glücklich mit Blöden und Bröden. Okay. Okay. Ja? Du denkst, er ist lieb? Der Lord lässt nie die Wahrheit auf der Weg einer guten Geschichte stehen. Du hast den Kingslayer getötet. Ja. Na, ich hatte eine Hand in ihm. Eine Hand rund um seinen Ankel, als zehn andere ihn runtergebracht haben. Siehst du? Was will ich dir sagen? Ich bringe ihn zu seinen Niedern. Auch weil ich es schön finde. Display Subtitles. Und weiter geht's. Kann man das noch irgendwie umstellen, dass die sofort dastehen? Wollte ich das jetzt im Audio Video, ne? Ne, kann man nicht. Okay, gut, dann laufen die halt so rein. Das ist dann leider so. Aber das muss dann einfach mal so funktionieren. Ich hoffe, ihr kommt alle mit. Ich hoffe, ihr kommt alle mit. Geh deine Leeds, ein bisschen Wein. Geh auf. Das ist dein Job. Gut, danke. Du bist willkommen. Danke, Garrett. Ich mache das. Ich mache das. Ich mache das, dass wir uns leoooven. Ich mache das. Ich mache das. Die König in den Norden. Der König in den Pouren! Tomorrow, we march on Casterly Rock, and House Forrester has been given the greatest honor to lead the young wolf's army and ride as the vanguard. The gods have favored us. Onward to Casterly Rock! Aye! Death to the Lannisters! Aye! I am from ice! Aye! Garret. Yes, my lord. Yes, my lord. What do you mean? You've served House Forrester well for several years now, but I can't expect you to squire forever. How shall I reward your loyalty? What can I offer you? To bring honor to House Forrester, my lord. You have more honor than those who were born to it. There were those who had their doubts when your uncle put forth your name as my squire. But you've erased those doubts entirely. It would be an honor to see you riding by Roderick's side in the vanguard tomorrow. Not as a squire, but as the equal of any man who serves House Forrester. It's well-deserved, Garret. Your hard work has paid off. Thank you, my lord. I promise, I won't let you down. That I don't doubt. But for now, keep this between us. We're celebrating tonight. I wouldn't want the other squires to feel discouraged. Yes, my lord. Now go, and find Roderick if you can. I will, my lord. Thank you. Bloody hell. Empty. Squire! Fetch us more wine! Scrub my armor! In my boots! Just my luck to end up with Norrin while you serve the lord. Let him fetch his own wine for once. He's a drunk, a liar, and an arrogant prick. You'd better watch your tongbow, and it could be much worse. What the fuck do you know about it? Nothing is worse than Norrin. See, that's where you're lucky. Low expectations. If I'd grown up covered in pig shit, shovel, and slop, well, maybe I'd think saddling his horse was the greatest honor in the Seven Kingdoms. I suppose this beats pig farming. Who doesn't love bacon? Pig farmers. All I'm saying is, at this rate, we'll never be more than this, which is nothing. The lowest of the law. For all I know, we could be squires for life. All in wine around a fucking wedding. What a waste of fucking time. Maybe if my uncle were cast on it at House Forrester, I'd feel different. How much further? Well, it's right over there. You lot have drunk your share. Good thing, Lord Walden. Ich sag nur Stichworte, rote Hochzeit. Ich sag nur Stichworte, rote Hochzeit. Ich sag nur Stichworte, rote Hochzeit. I've just gotten into you. You're acting rather odd. You've had too much wine. We have enough wine. Then take the fucking flag and already. What's wrong with him? Something the matter? Bowen, we have to go. Oh, du gehst, wenn du in so einer Rasse bist. Äh, äh, SafeBone. Aber, was war das denn? Was war das denn? Lass dich runter. Was ist der Rasse? Du brauchst gar nicht eine Rasse. Rasse! Oh! Muss ich mit den Pfeiltasten? Oder mit der Maus? Was, 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 was? Ich weiß nicht mehr, was ich drücken muss. Click, then drag. Ach so. Nice! Okay, ich muss die Maus nehmen. Ready, boys? Whoa! Shoot that one! Ha, ich hab doch... Okay, vielleicht soll ich... Vielleicht muss ich dann doch... Ähm... Ist da grad Valamogulis? Vielleicht muss ich doch nach oben drücken. Okay. Ready, boys? Whoa! Vielleicht sollte ich das mit dem Controller spielen. Shoot that one! What? Und sofort tot. Äh, runter. Crawl forward to safety! Crawl schneller! Äh, cool, 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 cool! Weee! Fuck! Oh Gott, Quicktime-Events! Seit Until Dawn wisst ihr, wie gut ich in Quicktime-Events bin. Number two! So, komm doch los! Nee, du hast dann benutzt! Ah... Schön ablenken. Ja, geil. Oh, Mann. Was ist das denn für ein Tod, Alter? Ich habe versucht, ihn zu retten, aber es war nichts, was ich zu tun. Findet ein Weapon, schnell! Zack! War klar. Wie wäre es, wenn er sich das Schwert mitnimmt? Na gut, dann nicht. Nicht mein Händler. Was ist das, Alter, das ist der Zeit, nicht wahr? Was ist das, Alter, das ist der Zeit, nicht wahr? Guard das mit deinem Leben. Return it to Ironrath, wo er gehört hat. Es ist kein Zeitpunkt. Ich werde es nicht verletzt, wenn ich ihn in den Händen von diesen Traitern verletzt bin. Was ist das, Alter? Du musst gehen. Ich werde ihn nicht verletzen. Ich werde ihn nicht verletzen. Ich kann, und du will, durch die Gäste, du wirst du mir beheben. Erzähl dein Papa. Erzähl ihn. Die Nordgrove muss niemals verloren sein. Erzähl niemanden, als er, dass du verstehst. Erzähl nur dein Papa, Duncan. Der Zukunft der Haus wird auf das sein. Erzähl ich, mein Papa. Hey, es sind die Forrester. Erzähl, du musst du das für deine Haus. Geh! Die Forresters töten! Wir lieben die Forrester-Frei!